Weihnachtsfilmen gibt es Rentiere und Elfen, aber keine Kacke. Ich gehör da nicht rein. Du gehörst dazu, Kornwolles. Du gehörst voll und ganz dazu. Verstehst du das nicht? Ich bin bloß ein Haufen Scheiße. Alles ist Scheiße. Alles, was auf Erden lebt, kackt irgendwie. Ewig ist der große Kreislauf, denn der endet nie. Schau nur auf das grüne Gras, siehst du, was die Vögel tun. Die gibt's nur, weil alles kackt und ich sag dir warum. Gras, das fressen alle Rinder und die essen wir alle dann auf. Das Fleisch wird Teil des Körpers und der macht Kot da raus. Der fließt schnell durch Kloaken, direkt ins blaue Meer. Und wird Nahrung für das Plankton, das die Fische gut ernährt. Dann schwimmt der große Fisch, der ein Kotfresser ist, nah an einen Strand, wo ein Grizzly ihn frisst. Der Grizzly-Bär kackt gleich in den leblosen Sand, damit es wieder blüht auf diesem trockenen Land. Nur ein Stück an den Logenkot, Giraffenkot tut's auch. Das auf die Erde fällt, gibt im Boden Gras einen Strauch. Das Gras ist Futter für die Rinder, die Kacken ist wieder groß. Für das Essen der Menschen, da geht's von vorne wieder los. Verstehst du, mein Junge, du bist kein unbedeutender Teil des Lebens. Du bist das Leben. Aber wie kann ich ein Grizzly sein oder ein Grasalm oder ein Mensch? Ich kann nicht kontrollieren, was die tun. So wie dein Herz schlägt, ohne dass du darüber nachdenkst. So handeln die Giraffen und die Menschen, ohne groß darüber nachzudenken, wieso und warum. Aber alles ist eine Lebensform. Das alles bist du. Ich glaub, jetzt versteh ich. Bin ich nur Antilopenkot, ist das nicht irgendwas? Ich werde langsam zu Erden, hier wächst frisches Gras. Ich bin im Darm jedes Löwen und im Magen der Maust. Ist jedes Futter mal gegessen, dann wird wieder Kot raus. So läuft ewig der Kreuz auf des Kot.